Gut Golf! Fernseh-Moderator-Star. Star? Ja, ja. Gut in Schechner, ja. So Siebi, halber Schlag. Das ist übrigens eine typische Ballposition von Sebastian Hellmann. Mein Mulligan? Ein Busch-Spieler bin ich sozusagen. Gut Golf! Gut Golf! Krieg ich schlechte Laune, ey. Eine Sieben! Mann! Und wenn man einen schlechten Schlag macht, dann landet der Ball auf der Pritsche eines Logistikunternehmens. Immer zum falschen Stadion gefahren, das ist zum Beispiel eine Geschichte. Das ist schon Sport irgendwie. Ich habe ja immer lange gehadert mit, ist das tatsächlich Sport oder nicht. Ich habe ein paar gespielt. Mann! Schaut euch das mal an. Auf! Yes! Ja, war gut.